Die pulsierende Metropole Panama-Stadt und der Panama-Kanal sind weltweit bekannt. Aber es gibt noch ein anderes, verstecktes Panama. Mit Cowboys. Vom Aussterben bedrohten Fröschen, reich bestickten Kleidern, echten Panama-Hüten, hochkarätigen Baseball-Teams und schmutzigen Teufeln. Auf der Azuero-Halbinsel. Musik Beim Stichwort Panama denkt jeder zunächst einmal an Panama-Stadt und den Panama-Kanal. Panama-Stadt ist heute das größte Ballungszentrum entlang der Pazifikküste zwischen Los Angeles und Lima in Peru. Ihre wichtige Rolle als Finanzzentrum zeigt sich an der beeindruckenden Skyline und dem anhaltenden Bauboom. Der Kanal ist immer noch die wichtigste Wasserstraße, die je gebaut wurde. Seine Auslastung ist hoch und der Schiffsverkehr nimmt weiter zu. Das Wassersystem des Kanals wird von einem der weltweit größten, noch intakten tropischen Regenwälder bestimmt, der auch durch seine Artenvielfalt beeindruckt. Korki Poster, Architekt und langjähriger Freund, kennt die Stadt und den Kanal wie kein anderer. Das moderne Panama City steht auf den Ruinen, die frühere Kulturen hinterlassen haben. Es ist wirklich interessant, die Spuren all dieser Siedlungsphasen zu sehen, die sich hier überlagern. Als Architekt, der ständig mit Ingenieuren zu tun hat, bewundere ich natürlich die technische Meisterleistung, die der Bau des 1914 fertiggestellten Kanals darstellte, der bis heute fast unverändert in Betrieb ist. Wenn man diese Ansiedlung und ihre Strukturen betrachtet, weiß man zwar, dass vorher hier schon Ureinwohner lebten. Aber diese Gebäude spiegeln die 500-jährige Siedlungsgeschichte der Europäer an einem strategisch günstigen Ort an der Pazifikküste wieder. Unglaublich, welche vielfältigen Spuren die verschiedenen Stadtplaner, Architekten und Ingenieure im Verlauf der Zeit hinterlassen haben. Wir sehen hier gewissermaßen ein Storyboard der Architekturgeschichte Amerikas in den letzten 500 Jahren. Panama-Stadt ist riesig und der Verkehr ein einziges Chaos. Hoffentlich bin ich bald hier raus. Ich möchte zur Azuero-Halbinsel. So viel ich gehört habe, gibt's dort nämlich Cowboys. Stummelfussfrösche und richtig guten Baseball. Ich war überrascht, Cowboys in Aktion anzutreffen, gar nicht weit von Panama-Stadt entfernt. Da fand nämlich ein Rodeo statt. In dieser Gegend. Unglaublich. Das ist wirklich ein richtiges Rodeo, oder vielmehr Rodeo-Training. Auf der Halbinsel Azuero. Dass eine ganze Menge junger Leute hier trainiert, zeigt, wie lebendig die Tradition hier ist. Wer hätte das vermutet, aber hier haben wir den Beweis. Kleine Straßen verzweigen sich hier in alle Richtungen. Wir biegen aufs Gerate wohl ab und hoffen, ans Meer zu kommen. In meinem Buch stand, Azuero sei ein abgeholztes Ödland, versteppt und trocken. Aber hier im Herzen der Halbinsel sieht es ganz anders aus. Da hast du wohl das falsche Buch gelesen oder bist am falschen Ort. Hier ist es wunderschön. Die Azuero-Halbinsel schiebt sich im Süden Panamas weit in den Pazifik hinein. Sie ist der südlichste Punkt Panamas. Aber Azuero ist nicht nur geografisch eine Besonderheit, sondern auch kulturell. Vieles hier erinnert eher an Spanien als an Panama. Die Bewohner der Halbinsel leben noch traditioneller als ihre Landsleute in den großen Städten. Einer ihrer Kulturschätze, auf den sie sehr stolz sind, ist ein Kleid namens Poyera. Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der diese Kleider herstellt. Aber Korki scheint zu wissen, wo wir hin müssen. Kein anderes Kleid ist so typisch für Panama wie die Poyera. Ein Festtagsgewand. Früher benutzten die Frauen den weiten Rock, um die Hühner zum Eierlegen in den Stahl zu scheuchen. Poyo heißt Huhn, daher der Name Poyera. Sieht ja toll aus. Das hier ist ein gebräuchliches Stigmotiv. Dafür verwenden wir eine spezielle Technik, den Kreuzstich. Das Muster wird erst auf Papier vorgezeichnet. Jeder Einstich ist ein Punkt. Dann werden alle Punkte auf den Stoff übertragen. Das ist reine Zählarbeit. Wenn das Motiv beispielsweise aus 100 Punkten besteht, zählt man die auf dem Stoff ab. Und kommt damit an die Stelle, wo man mit der Stickerei beginnt. Das Muster ist schon alt. Es stammt aus der spanischen Kolonialzeit. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Die verwendeten Materialien sind selten und kostbar. Und der dazugehörige Schmuck ist richtig teuer. Aber bei jedem grösseren Fest darf im traditionellen Panama die Poyera nicht fehlen. Sie sagt, es gibt sechs verschiedene Varianten der Poyera. Sie werden zu jeweils verschiedenen Gelegenheiten getragen. Die prächtigste ist die Poyera de Gala, also für offizielle Anlässe, wenn man sich so elegant wie möglich kleidet. Wie lange braucht man für so ein Kleid? Lange? Ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr Arbeit für so ein Kleid. Und das ist der Schmuck, der zur Poyera getragen wird. Den trägt eine einzige Frau. Nicht die ganze Familie. Der ist teuer. Das ist nichts für Arme. Jede einzelne Halskette besticht mit unglaublichen Details. Diese Kette hier beispielsweise nennen wir König-Salomon-Kette. Denn die einzelnen Glieder erinnern in der Form an die Säulenkapitelle seines Palastes. Aber dieser ganze Schmuck wirkt nur zusammen mit dem Kleid. Für das komplette Outfit in guter Qualität muss man knapp 70.000 Euro hinlegen. Die Poyeras sind etwas für traditionsbewusste Damen mit entsprechendem Geldbeutel. Im Gegensatz dazu wird in einer Werkstatt nicht weit von hier ein traditioneller Artikel von Männern für Männer gemacht. Diese spezielle Gitarre ist sonst kaum noch zu finden. Auf der Azuero-Halbinsel ist vieles anders als im restlichen Panama. Diese kleine Gitarre, die Mejorana genannt wird, gibt es nirgendwo sonst. Sie hat nur fünf Seiten. Seit elf Jahren konzentriert sich der Tischler auf die Herstellung der Gitarren. Damit ist er hier weit und breit der einzige. Es gibt noch einen zweiten Gitarrenbauer in einer anderen Stadt, aber der benutzt zwei Stücke Holz, anstatt den Körper aus einem Block zu schnitzen. Die Mejorana hat Symbolcharakter in Azuero. Man sieht sie überall, gezeichnet, gemalt, als Sammelobjekt und sogar auf den Stoffen, wie hier für die Poyeras. Das ist eine richtig urige Werkstatt, mit eigenem Wachhund und Wachäffchen. Die Affen sind hier heimisch, aber ihr Bestand hat sich erheblich verringert, nachdem so viel Wald abgeholzt wurde. Um Trommeln zu bauen, braucht man kein spezielles Werkzeug. Da reicht eine einfache Machete, ein selbstgemachter Stechbeitel, etwas Schmirgelpapier, eine ganz feine Pfeile und, für die Knochenarbeit, eine laute, schwere, gemeine Kettensäge. Diese Trommel heisst Repikador. Damit kann man sich alle möglichen ausgeflippten Sachen einfallen lassen, während die anderen den Grundrhythmus halten. Und das ist die Hirschhaut, aus der das Trommelfell ausgeschnitten wird. Die Tradition geht auf die Afrikaner zurück, die zum Bau des Panama-Kanals Anfang des 20. Jahrhunderts hierher gebracht wurden. Sie hatten ihre Trommeln dabei und nutzten sie zur Kommunikation. Mittlerweile ist sie zu einem Wahrzeichen Panamas geworden. Drei Dinge gibt es, die Panama symbolisieren. Die Trommel, die Poyera und die Mejorana. Diese drei Dinge repräsentieren Panama in der Welt. Es ist schon spät am Nachmittag und wir sollten uns schleunigst aufmachen, um die letzten paar Minuten des wichtigsten Importartikels aus den USA mitzuerleben. Ein Baseballspiel. Baseball kam mit dem Kanal nach Panama. Du meinst also, dieses kleine Nest hier namens Aguadulce liegt in Nordamerika? Genau, und zwar wegen der Puente de las Americas-Brücke. Für die Leute hier gehört die Nordseite des Kanals zu Nordamerika, die Südseite zu Südamerika. Also findet das Baseballspiel in Nordamerika statt. Verrückt, dass ausgerechnet Aguadulce das letzte Spiel der Baseball-Saison ausrichtet. Hier gibt es nichts. Eine ländliche Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern und im Stadion gerade mal 150 Zuschauer. Aber auf dem Feld wird erstklassiger Baseball geboten. Die Jungs sind spitze. In Panama sind Fußball wie auch Baseball beliebt. Welche Sportart ist populärer? Ich würde mal sagen Baseball. Da waren wir im letzten Jahr erfolgreicher. Er hat Panama zu größerem Ruhm verholfen. Beim Fußball versuchen wir immer die Qualifikation zur Weltmeisterschaft zu schaffen. Leider bis jetzt erfolglos. Deshalb sorgt Baseball für mehr Prestige. Und die Leute gehen zu den Spielen. Sie mögen auch Fußball. Aber Baseball hat einfach mehr Fans. Wenn man mit Ausländern über Panama spricht, geht es um Mariano Rivera und Rod Carew. Schon mit fünf Jahren habe ich in der Baseball-Liga gespielt. In der ganz unteren Klasse. Und bei einem Turnier in Curaçao wurde ich dann entdeckt. Da war ich 16. Wer in Lateinamerika mit 16 noch kein ernsthaftes Angebot bekommen hat, kann einpacken. Wer über 16 ist, hat den Zug verpasst. Meinen ersten Vertrag habe ich bei den Indiens unterschrieben. 2009 bekam ich dann ein Angebot als Stammspieler bei den Tampa Bay Rays. Und seitdem spiele ich für die Rays. In der US-amerikanischen Major League hat man mittlerweile erkannt, dass die jungen lateinamerikanischen Spieler, die oft aus ärmlichen Verhältnissen stammen, einen Kulturschock erleben, wenn sie in die USA kommen. Deshalb haben sie eine Art Starthilfe organisiert. Berater besuchen sie in ihrem Dorf und helfen ihnen dabei, sich auf den Wechsel in die USA vorbereiten. Und neuerdings schickt man sogar nordamerikanische Spieler in Städte, aus denen ihre lateinamerikanischen Teamkollegen stammen, damit sie sehen, wie diese aufgewachsen sind und wie schwierig der Anpassungsprozess für sie ist. Top des 9. Innings, Flyball in Santa Feild. Das Spiel ist aus. Die Caballos gewinnen mit 5 zu 2. Leider habe ich keinen Baseball zum Signieren dabei. Baseball mag importiert worden sein, aber in den dichten Bergwäldern im Nordwesten der Halbinsel gibt es etwas, das man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Es ist winzig klein und lässt sich am ehesten morgens beobachten. Ein tödlicher Pilz bedroht seine Existenz. Ich bin im Zoo El Nispero, nicht weit von der Stadt del Valle de Antón. Hier ist eine Brutstätte für Amphibien. Auf der ganzen Welt hat ein rasantes Amphibiensterben eingesetzt, da ein bestimmter Pilz für sie tödlich ist. In der Umgebung dieses Zoos gab es früher eine Population von Stummelfußfröschen, die einzige weltweit. Mittlerweile kommen sie wild überhaupt nicht mehr vor. Die extrem seltenen Stummelfußfrösche gelten offiziell als ausgestorben. Die einzigen noch lebenden Exemplare kann man in diesem Terrarium sehen. Wissenschaftler arbeiten gerade ein Zuchtprogramm aus, mit dem Ziel, diese Spezies wieder auszuwildern, nachdem man den tödlichen Pilz unter Kontrolle bekommen hat, der die Frösche vernichtet. Die schwarzen Punkte bringen ihre goldene Farbe noch mehr zum Leuchten. Es kommt einem vor, als hätten sie überhaupt keine andere Pigmentierung. Wenn man sie gegen die Sonne hält, lassen die Strahlen sie noch goldener erscheinen als das Sonnenlicht selbst. Wir sind unterwegs nach Oku, einer Kleinstadt auf der Asuero-Halbinsel. Dass ich da hinfahre, hat einen ganz bestimmten Grund. Oku ist das Produktionszentrum für geniale Hüte. Die echten Panama-Hüte. Hutmacher haben mich schon immer fasziniert, umso mehr, wenn sie ihr Handwerk wirklich gut verstehen. Hallo, Sie machen diese Hüte, nicht wahr? Aus Palmblättern, davon gibt es in den Bergen genug. Das sind Blätter einer hier heimischen Palmenart, die hoch in den Bergen wächst, ziemlich weit weg von hier. Aber aus unerfindlichen Gründen wurde dieses Städtchen zum Zentrum der Hutproduktion. Schau nur, Korki, wie fein das gearbeitet ist. Für das Hutband verwebt sie schwarzen Nylonfaden. In diesem Fall mit weißem. Super, ein einfacher Betonklotz als Gewicht und das Sofa. Über einen Monat braucht sie für einen Hut. Kein Wunder. Was meinst du? Steht mir der? Ja, wirklich. Weißt du was? Ich glaube, auf dem Hutband steht Korki. Das glaube ich auch. Korki, du hast deinen Hut. Aber für mich haben sie nicht die passende Größe. Also suche ich weiter. Bei dieser Familie gab's nichts Passendes für mich. Aber nicht weit vom Stadtrand, direkt an der Straße, liegt ein Laden, der alle nur denkbaren Hutmodelle verkauft. Doch einen Hut zu finden, der wirklich gut sitzt, ist gar nicht so einfach. Für mich habe ich nichts gefunden. Aber Korkis Hut passt wirklich perfekt. Diese Hüte sind kein Touristenramsch. Im Gegenteil. Daran erkennt man den echten Asuarano. Hast du nicht auch das Gefühl, dass hier seit Jahren kein Ausländer mehr unterwegs war? Ja. Ich glaube, wir sind die einzigen Touristen hier. Ich bin kein Tourist, ich bin Journalist. Aber die Leute sind cool, sie beachten uns nicht groß. Ja, sie wirken glücklich und nehmen es, wie es kommt. Werfen einem keine schrägen Blicke zu. Und fragen nicht, was wollen die hier? Viele Städtchen auf der Halbinsel sind berühmt für Kunsthandwerk aus Familienproduktion. Dass der kleine Ort Chitre zu einem Begriff geworden ist, liegt am vielleicht ausgefallensten Kunstartikel der Gegend. Hier werden zeremonielle Masken hergestellt. Die Diablico Sucios, schmutzige Teufel. Darios faszinierender Laden liegt direkt an der Straße. Was draußen passiert hat, er stets im Blick. Er macht diese Teufelsmasken. Das hier ist eine Modellform dafür. Darios erklärt mir, dass die fertige Modellform mit Vaseline eingerieben wird. Darauf kommt die erste Lage für das Pappmaché. Recht dickes Papier, am besten von einem Zementsack. Die zweite Lage besteht aus normalem Zeitungspapier. Die dritte Lage ist dünneres, glatteres Papier, nicht so saugfähig. So kann die Farbe nicht eindringen, sie bleibt leuchtender und ihr Glanz kommt besser zur Geltung. Also gut, ich ziehe sie auf. Sie sieht ja aus, als ob sie zentnerschwer wäre. Dabei wiegt sie nicht einmal ein Kilo. Aber sie drückt auf mein Kinn. Das sollte man auspolstern, denn ich bewege den Kopf ziemlich stark, wenn ich tanze. Das ist eine Interpretation der Eroberung durch die Spanier. Mit diesen Masken werden die Spanier zu Dämonen. Der Lärm unterstützt den furchterregenden Effekt. Dazu hält die Hand im Rücken eine Glocke, die bimmelt, wenn sie sich bewegen. Was Dario da an den Masken befestigt, sind Papageienfedern. Sie stammen von zahmen Tieren, die sich jedes Jahr mausern. Aber weil die Federn so begehrt sind, werden auch Wildvögel gefangen und umgebracht. Dadurch nimmt der Papageienbestand ab. Das ist ein Problem, für das man noch eine Lösung finden muss. Aber diese Federn stammen nicht von wilden Papageien. Das Kostüm hat ein beträchtliches Gewicht. Es ist abgesteppt und das dicke Innenfutter soll angeblich den Schweiß aufsaugen. Verrückt! Man könnte im eigenen Schweiß ertrinken. Hier haben wir sicher um die 30 Grad, mindestens. So ein Kostüm trägt man von 1 Uhr mittags bis 10 Uhr abends. Und dazu noch die Maske mit den Federn. Da muss man schon ganz schön passioniert sein. Manche gehen schon morgens auf die Straße. Aber normalerweise beginnt man um 1 Uhr mittags und tanzt bis Mitternacht. Die Tänzer ziehen von Haus zu Haus. Und wenn sie gut sind, werden sie ständig aufgefordert, noch einmal zu tanzen oder wieder zurückzukommen. Traditionell läuft es so ab. Man tanzt in dem Kostüm durch die Straßen, begleitet von einer einzelnen Gitarre. Aber es muss diese spezielle Gitarre aus Panama sein. Kein anderes Modell. Heute gibt es zwei Panamas. Panama startet mit dem Kanal und dem explosionsartigen Wirtschaftswachstum. Und das restliche Land, das in einer anderen Zeit und in einer anderen Welt zu leben scheint. Das ist ein Oso-Baboso, ein geifernder Bär. Das ist ein Oso-Baboso, ein geifernder Bär. Das ist ein Oso-Baboso. Oh Gott, was für Krallen. Ich sehe so gut wie nichts. Bis zum nächsten Mal. Wer seine